was denn du da oben? ach da kommt noch mehr nach da oben. interessant. kommt noch jemand? du musst heute noch ein bisschen flitze machen. bisschen den schmutz wieder raus flitzen. ja sonst guckt frauchchen wieder komisch wenn du nach hause kommst. der sandberg tut natürlich jetzt ein übriges da oben. ihr lustigen. gut wir gehen noch ein bisschen. husch husch.